Hallo, hallo, hallo! Ich bin's der Rainer Tiertler. Ähnlich ist es soweit und das Buch Herz! Die Veränderung unseres Lebens durch die Veränderung des Herzens ist jetzt endlich fertig. Wir haben ein wunderschönes Hardcover-Buch gedrucken lassen, Hartumschlag. Ganz schön wollten wir das Buch haben und ich denke, das Buch ist mein Herzstück der 18 Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe und schreiben durfte und es hat alles begonnen im Jahr 1992, nämlich damit der Herr mir diese Offenbarung geschenkt habe und dann habe ich studiert, Jahrzehnte lang studiert, 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 studiert und hart gearbeitet daran, dass wir endlich dieses Buch haben. Das Buch werdet ihr beim Aufbruch Verlage in Berlin finden und auch wahrscheinlich bei den meisten christlichen Buchhändlern im deutschsprachigen Raum, zumindest in Deutschland. Herzlichsten Dank, dass ihr dieses Video angesehen habt und viel Spaß beim Lesen des Buches Das Herz.